Servus Leute, was geht und willkommen beim neuen Video. Ja Leute, ich habe mir in Köln eine kleine Wohnung gekauft, da ich hier öfters jetzt bin. Und Leute, wenn man direkt reinkommt, schaut das Ganze so aus. Erstmal hier so einen kleinen Flur. Kommt man hier rein und dann sieht das Ganze so aus. Aber Leute, als allererstes zeige ich euch mal mein Gästezimmer. Hier ein paar Bücher, aber der liest schon. Auf jeden Fall Leute, so sieht das Gästezimmer aus. Ich hatte noch letzte Nacht Besuch hier, deswegen sieht das jetzt ein bisschen so unordentlich aus. Gegen 15 Uhr kommt die Putzfrau, dann macht die das Ganze wieder sauber. Und ja Leute, so sieht auf jeden Fall mein Gästezimmer aus. Hier könnt ihr halt auch nochmal rausgehen. Und dann habe ich hier so einen Balkon. Und dann noch so eine Aussicht von hier oben. Ist ganz okay. Und da hinten ist der Kölner Dom. Da. Ja Leute, gehen wir mal weiter. Zeige ich euch einmal die Küche. Oder warte, warte, warte. Was für Küche, Leute. Zieht euch das erstmal rein. Hier ist noch mein Gäste-Crew. So sieht mein Gäste-WC aus. Hier auch noch eine kleine Dusche drin. Frische Handtücher, Deo und hier noch ein Spiegel für Selfies und sowas. You know what I mean. Und ja. Ist auf jeden Fall ganz okay. Und... Oh mein Gott, wer ist das denn? Da war das denn? Leute, habt ihr das gesehen? Da war einfach so eine Gestalt. Ich gehe einfach am besten mal in die Küche, Leute. Boah. Hatte ich gerade an... Oh mein Gott, Leute. Guckt euch das mal an. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist ein Schimpanzer. Oh shit. Ja Leute, das ist der Joker a.k.a. Tulululu. Joker Tulululu a.k.a. the first one on YouTube. Mit dem Geilchen schön wie hier, ne? Ja. Josh Cone, ihr wisst. Geil. Josh Cone, Josh Cone. Link natürlich unten in der Videobeschreibung, Freunde. Okay, das war da. Okay, danke. Aber Leute, jetzt habt ihr noch ein paar Räume gesehen, die ich euch noch gar nicht vorgestellt habe. Auf jeden Fall... Kommen wir zu der Küche, Leute. Das hier ist meine Küche. Und das Wichtigste ist natürlich erstmal... Boom! Der Kühlschrank. Geil. Ja Leute, der Kühlschrank ist vollgepackt mit nichts. Und wieder nichts. Und wieder nichts. Geil. Okay. Ja Leute, auf jeden Fall ist das hier der Kühlschrank. Hier ist die Waschmaschine. Und hier ist der Herd, das Herd, die Herd. Und... Ja! Das hier ist auch noch so ein Schrank aus 1985. Habe ich einfach hier so als Deko hier stehen. Hier ist mein Bügeleisen. Und hier sind die Osterhasen. Und hier sind die Osterhasen. Na Leute, auf jeden Fall kommt jetzt mein Badezimmer, Freunde. Ja Leute, das ist mein Badezimmer auch mit einem fetten Selfiespiegel, wo man immer schon Selfies machen kann. You know what I mean. Ja Leute, das ist die Toilette. Da! Ja Leute, auf jeden Fall hier so ein doppeltes... Doppeltes Händewaschdings da. Und hier ist nochmal die Dusche, Freunde. Und ja gut, warte mal. Ist das ein Frauenresierer? Ihr habt nichts gesehen. Ja Leute, jetzt zeig ich euch nochmal kurz das... Ja Leute, das brauche ich immer. Das brauche ich immer. Das ist für private Nutzung. Boah! Boah, du Mist geworden. Ihhh, du Wichser. Boah, du Bastard. Boah, das kriegst du zu lange. Ja Leute, hier ist mein Wohnzimmer. Brrrr, wieder ein Spiegel, Leute. You know, Selfie und so. Leute, das ist mein Cowboyhut. Hier ist mein Coach. Hier ist mein schwarzer Freund. Hier ist mein schwarzer Freund. Hallo. Der ist mein Nachbar, Leute. Sein Zimmer ist genau eins da drüben. Und ja, hier ist mein Arbeitstisch. Hier bearbeite ich schon mal meine Videos. Hier mein geiler Coach. Und Leute, wisst ihr was? Kommen wir jetzt zum Highlight und zwar... Highlight, sorry. Highlight. Kommen wir zum Highlight. Zum Highlight. Mein Zimmer. Oh. Ja Leute, das hier ist mein Zimmer. Leider ein bisschen unaufgeräumt, da ich die letzten Tage unterwegs war, Freunde. Zeig ich euch einmal mein Zimmer. Hier wieder so einen geilen Sofa. Ihr wisst, Leute. Einfach mal so chillaxen und einfach relaxen und so. Ja Leute, das ist mein Zimmer. Das hier ist ein Tissen. Und das hier, Leute, das ist ein Bett. Und das Geilste, Leute. Mein Schrank. Spiegel. Spiegel. Und wieder Spiegel. Do you know, man? Do you know? Spiegel everywhere. Überall Spiegelfreunde. Dann oben noch sowas. Und bam, Leute. Mein geiler Fernseher. Ich gucke selten Fernseher. Mit diesem Fernseher geh ich immer auf YouTube und zieh mir immer Musik rein. Und hier chill ich schon mal. Flex ein paar Bildchen. Natürlich nicht. Hier ist mein Bett, Leute. Boah, geil. Und noch einmal. Boah. Ja Leute, das ist auf jeden Fall mein Bett. Und das Geilste, Leute. Wenn irgendwelche Bitches zu mir kommen. Nein, natürlich nicht. Wenn irgendjemand zu mir kommt, Leute. Und mir Essen macht. Könnt ihr mir das so damit ans Bett bringen, Leute? Dann kommt das Essen so schön bei mir im Morgen am Gesicht. Und ich esse dann. Na Leute, auf jeden Fall richtig chillig. So ein Teil, wenn man morgens einfach gar keinen Bock hat aufzustehen und das Essen dann genau vors Gesicht kommt. Und Leute, das hier ist mein Lieblingsbild. War echt teuer, Freunde. Und jetzt, Leute, jetzt. Wie ihr gemerkt habt, hat jedes Zimmer einfach so eine Tür zum Balkon. Und Leute, das Geilste ist. Der Balkon ist überall verbunden. Boah, geil. Man kann einmal komplett durchgehen. Ja. Diese Stelle kennt ihr wahrscheinlich aus dem letzten Video. Ja, Leute. Laufen wir mal ein bisschen. Zack. Boom. Und dann gehts hier wieder weiter, Freunde. So. Hier kommt man dann in die Küche. Und hier hat man einen schönen Ausblick in die City. Boom. Und dann gehts hier weiter. Hier frühstücken wir auch oft. The Joker und ich morgens immer schön, wenn die Sonne prallt. Und alles. Dann frühstücken wir hier. Und hier gehts wieder ins Wohnzimmer. Und ein bisschen weiter gehts wieder ins andere Zimmer. Ja, Leute. Das war meine Wohnung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, dann lasst doch meinen Daumen nach oben da. Und Leute, ich würde sagen, wir sehen uns bei einem neuen Video wieder. Machts gut und haut rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Geil. Yes, yes, yes. Nein, Leute. Das war alles nur Spaß. Das ist nicht meine Wohnung, Alter. Ich bezahle für diese Scheiße hier so viel Geld, damit ich nur hier schlafen darf. Und Leute, ich schlafe immer auf dieser Couch. Ich habe kein Zimmer. Ich habe nichts. Scheiße tue ich immer aus dem Balkon da raus. Das war nur Spaß, Leute. Das gehört nicht mir. Diese Wohnung haben wir bekommen für die paar Tage, die wir in Köln sind. Auf jeden Fall fetten Dank an Mediacraft. You know. Und Leute, wie gesagt, diese Shirts findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und Joke an seinem Kanal natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Machts gut und haut rein.